So Leute, nachdem wir denn jetzt mal einen Abfahrer gefunden haben, geht das Ganze weiter, hier mit dem, was machen wir hier? Dreschen, ne? Rapsdreschen. Verarsch mich. Das ist wirklich Raps. Ja, ich bräuchte mir ja von einem Abfahrer. So. Okay. Der Rapper ist da. Abgeh die Post, jetzt können wir weiter. Dankeschön. Null Prozent. So. Pass mal, wo bitte? Nimm mal deinen Anhänger da weg, damit ich hier weiter machen kann. Geht nicht. Was geht nicht? Bist du ausgestiegen? Ich glaube, das hakt. Ich bin doch schon wieder am Dreschen. Achso. Na gut, was soll's. Dann machen wir da halt eine Ruhe bei der NC. So. Ich hab nur gedacht, wenn das so lange dauert, bis der Rapper mal kommt. Ja, ich hab noch die Rüben, also. Ich hab das kurz mal geramped. Gerapt? Ja, okay. Fand ich gut. Rapper? Ja. Rapp mal. Nein. Was rappst du so? Double time? Nee, gar nichts. Achso. Santa, du kannst weiter. So wie Santa. Er ist ja auch nicht wirklich der Weihnachtsmann. Ali bliegt nah ab mir, ja. Daut und blinkt was auf der Minimap. Was orange-gelben ist. Was ist das da? Nachfrage. Das ist eine große Nachfrage. Was fragt er? Jetzt blinkt es nicht mehr. Bei mir schon. Südlich von Feld 7. Äh, für den Entschuldigung. Behindert. Wo ist es nichts, Gary Paul? Da kann ich nachfragen, man da. Was behindert? Ich hab hier, ich hab ein Videobeweis. Na, Videobeweis. Was heizt du eigentlich hier wie so ein, wie so ein besenkter Lang? So. Warum spielen wir eigentlich nicht The Last of Us? Oh, Gamer läuft. Nice. So, Null, ne? Kannst ja wieder weiter. Ich bin schon wieder über 40, aber da kommt da hinten einer. Da hat's hier aber auch echt einer für ewig, ne? Ach, wir hatten ja alle schon mal drinnen. Okay, wenn man das nicht möchte, dann spielt man auf dem Member-Server, oder wie? Richtig, richtig. Ja, da gibt's auch andere Maschinen, da gibt's doch nicht Mods. Da kann man auch fett fahren. Ach, den gibt's jetzt hier nicht. Ne, den gibt's ja nicht. Nur Case of Doings. Okay. Ach, der hat die tolle, und die tolle Lizard. Ach, der erinnert, wieso fliegt der in der leute Gegend? Das ist ein Administrator, ein Moderator. Ja, der hat Toggle-Fly der No-Hut-Mode. Was größtenteils alle haben. Und jetzt weiß Playbox genau, was Toggle-Fly der No-Hut-Mode ist. Toggle sagt mir nichts. Flug und ohne Hut, ohne Head-Up-Display. Das kenne ich gerade noch, ja. Geht er weg? Ja, der kann einfach nach oben gehen. Und von oben drauf gucken. Toggle-Fly, kenne ich. Das ist, wenn man nicht bodengebunden ist. Ah, das wird aber massivst kleiner, das Feld jetzt, ne? Ne, natürlich. Natürlich. Entschuldigung. Der Kugel mehr werden würde. Äh, da muss ich dir ausnahmsweise recht geben, ja? Haha. Also das ist hier jetzt nicht so ganz spielkonform. Möge es bitte deinen Hintern auf den Boden legen, danke schön. Ja, da oben kannst du mitfahren. Ich rechne vorhin in den anderen Videos jetzt doch, da hat er mal Angst gehabt, dass er mich überfahren tut. Ja. Gedacht, dann wäre er jetzt ein Blood-Screen und dann bist du weg. So, was sagst du hier, Herr Nachtfeike? Sieht das in Ordnung aus, oder was? Ja, ich rede ja gar nicht. Ich spiege mir das mal gerade an. Ich spiege mir das mal gerade an. Ist klar. Ja, sehr sauber. Bleibt mir auch was stehen, aber nein. Was macht man da jetzt? Mach ich den Schwenker, um das mitzunehmen, oder was? Nee, lass das stehen, weil ich nicht mal was die im Ding sagen. Das ist für die E-Gerz. Für die E-Gerz, okay, das ist klar. Dann werde ich das jetzt hier stehen lassen. Das ist ja, ich muss sagen, ich bin sehr angespannt bei der Arbeit. Das ist sehr stressig. Oh, ich gucke eigentlich 90% der Zeit auf den Fernseher. Hallo, hey, Wox. Ja. Zurück. Ich habe doch gerade im Exile gefragt, ob ich das stehen lassen soll, oder ob ich das... Nee, also das kann man ja aber auch so nicht lassen, ja. Ich glaube, das hakt. Du bist ein Fuscher, Playworks. Ich glaube, das hakt. Ich habe gerade im Exile gefragt. Das sind fast 40% die er hat stehen lassen. Oh, das sind ja aber 50 Meter. Das kann ich so nicht lassen. Aber ihr wollt das genau wissen? Da hat der Nachfolger den... Nee, nee. Das sind 126 Liter. 127. Das macht genau 5600 Goldstücke. Goldstücke, hier wird also in Münzen gerechnet, ja? Ja. Ist klar, ist klar. In Euro. So, haben wir das jetzt? Kann ich umdrehen, oder? Ja. Warum sagst du das denn nicht, wenn ich frage? Ich wollte mal gucken, ob wir das von alleine sind. Ich wollte auch wissen, ob ich da die Kurve jetzt nehmen soll oder nicht. Natürlich habe ich das gesehen. Ja, klar, die Kurve musst du so mitnehmen, wie das ist. Du musst immer den ersten Mähdresch verfolgen, so wie er klärt. Ah, dankeschön. Muss mir noch einer sagen, denn schon. Boah. Wenn wir jetzt eine 8 fährt, muss ich auch eine 8 fahren. Ist klar. Rockefeller, komm jetzt aber nicht auf die Idee. Was für Ideen? Dass du jetzt einfängst, eine 8 zu fahren. Ey, grinst dich schon anab. Ich will kurz davor. Wer kann denn mal zum Abtanken kommen? Ich bin schon mal 78, 79. An der Front, bitte. Oh, ich bin jetzt vorne. Halt nicht umdrehen. Ja, genau da. Oh, der Anhänger. Oh, nee. Was machst du denn? Da oben, komm ja. Ich hab aber nur noch Platz von 9%. Das ist mir egal, wir sind jetzt noch ein paar von mir mit. Die anderen schaffen eh nicht so viel. Ich bin bei 90%. Ich bin bei 90%. Ich bin hier jetzt bei 70%. Boah, die Anstattage stehen bleibt. Nein, geht nicht, muss schaffen. Außerdem musst du doch eh in die Richtung. Und dann quägt er wieder rum, wenn er voll ist. Immer schaffen, weil dann sind da scharfe. Scharfe, scharfe, Häuser bauen. So sieht es nämlich aus. Hey, Rapper. Ja. Ich fette das Spiel, oder? Ich meine, es ist so ein Spiel. Guten Türke, guten Türke. Oh, guten Türke. Voll. Ja, ja. 80. 98. Links oben, Enge, fällt neu. 100. Da müssen wir gerade ein zweiter Abfahrer hinlegen. Ich bin auf dem Weg. so 95 wer dein abbauer ist ist schon abgeerntet das ist ja gar nicht ohne, wir koordinieren was macht man denn? dass ich mit dem nicht in die quere komme das ist unnötig schwer du musst das ja lernen verlieren wir eigentlich dieses an- und absetzen was? wenn ich da nicht hundertprozentig treffe? komplex ist das spiel nicht gut ist das gut für mich? hier kommt der repo ja schon hier um Börn, weil wir auf 17 nein, das ist für mich und Sebastian ok ok, ich fahr los habt ihr auch gleich fertig ne? ja also Tempomatik ist ja was feines ne? schöne Sache ne, gibt es ja in der Wirklichkeit auch dann könnt ihr normal übersetzen zu 18 ne? da gibt es ja noch mehr Spielerellen 18? 2? Stuhlhalter Assistenten oder was? GPL da gibt es dann noch GPS dann gibt es noch einen ES-Limiter da kannst du noch einstellen wie schnell du fahren willst alles LKW Features alles klar was in 2 Stunden war das alles runtergerattert haben? da fies was ja, 18, 19, 21 ja ok, mit nicht ja, sorry, ich dachte das wäre Mais tatsächlich jetzt kommt der Ausreden wieder also deswegen habe ich dich nicht ganz abgezaugt jetzt weiß ich auch warum die immer so komische Kreise drehen wenn die nicht durch sind, wenn ihr fällt also an der Ecke ist klar ist gewollt ich dachte immer die können nicht fahren Klingbox sieht man sofort wenn er eine Wende macht warum? ja weil man das sofort weil der einmal 180 Grad Wende macht äh, die Wende habe ich aber gerade gemacht ne? du auch? ja klar 180 Grad, warte, also ich habe mich gerade um 270 Grad gedreht ja manche machen manche machen manche fahren Stück vor, Stück zurück wieder rein ja aber so kannst du Tempomat anlassen da brauchst du nicht rumstehen, brauchst du noch lenken ja dann da ist es nicht rum ist ja schon eine Geduldssache das Ganze, ne? ähm, fast überhaupt nicht fast überhaupt nicht, okay ja so dann musst du mal auf der MiG Map spielen ja die MiG Map, das was wir hier gerade ernten das fällt jetzt auf der MiG Map, eines der kleinsten okay ja die Mods machen wir oben kriegt dann noch ein paar Mods für Mods selber drei Tage Mai 6 sind am Stück Game Over Gamer ist vorbei okay was jetzt auf Sky läuft wow dann ist es kalt Leute das läuft heute das läuft heute einfach im Fernsehen läuft habt ihr bei euch im Träger einen Fernseher mit eingebaut? im Mieter wahrscheinlich mal im Träger nicht ja meinte ich ja wechselt ja immer, das irritiert mich wisst ihr es ist tatsächlich so, dass unser Häckslerfahrer bei uns der von uns weiß häckselt hat für sich einen kleinen Fernseher die VWT drauf hab ich da auch drauf ja ihr seid real life Bauer, ne? ja ja alles klar und sowas spielt da noch LS? ja im Winter, wenn im Sommer, weil nichts zu Ende ist vom Dezember bis März hab ich jetzt heute aber Playbox? ja haben wir da unser LS-Pensum nicht erfüllt mit Videos? ich denk doch, das wird für heute reichen gleich nein, ich meine wir müssen ja bis den 12.1. abliefern ja ha 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 nee, nee, so läuft das nicht nee, nee nee also ich versuch dir frei zu kaufen, ja, ja jetzt hab ich das hinter, jetzt hab ich das verstanden, was das System dahinter ist das stimmt nicht das stimmt nicht war nur eine Frage okay dann war das nur eine normale Antwort ich mache ja die Videos nicht, also mich interessiert es ja nicht was ist denn los? ist der eingeschlafene Fahrer? welcher Fahrer? der Nachtfalke ok der ist noch nicht so raus mit Stufe 4 Tempomatische Stufe 4 ich versuch jetzt an meine Schmücken doch, ich hab das schon raus, aber meine Rassatur streikt schon ach so, ok so, 0 86 ihr Matschpack er hat so viel Werner gekuckt ne, läuft gerade die Orientierung für Werner also jetzt das Feld geht hier durch, ja ist das ein Feld normal sind es zwei Felder und die haben aber zwei Felder zusammengelegt ok das heißt, wir können diese riesen Komplexdinge hier alles zusammenlegen in einem Stück ja fährst einmal los und drei Tage später kommst du wieder ne, könnte man nicht, die Hauptstraße kann man nicht kaputt fliegen ach so die wollen da auch die wollen da auch toll sehr Werner also ich würde das eher so zu Strategie und Geduld spielen zählen auf Disney Channel HD läuft gerade Gamer haha wo ist jetzt jetzt? da lief gerade Gamer ein Action ein Action Jan 10 mach dir später Feld 15 auch noch hehehe das wollte noch gemacht und dann ist es Traglich denke nicht Traglich bis unwahrscheinlich wie gesagt was macht denn wer auf Feld 7 da hinten überhaupt? Flächen Flächen ok ich hab hier zweite Läsche fährst du mit zwei gleichzeitig? ne, ich muss nicht hier noch selber anfangen Clayrock, Santa, macht ihr eigentlich nebenbei auch noch was? ne, ich bin hier hochkonzentriert ich dachte mir Arbeit ist wichtig muss man da darf man nichts anderes nebenbei machen nein ich meine ob du hier jetzt gerade arbeitest weil irgendwie das Gefühl ich war das alleine nein ich häng auf der anderen Seite und geb die Gas ich bin gerade parallel mit dir auf der anderen Seite wieso wieso hab ich euch dann bald eine halbe Runde abgenommen? weil ich rumstehen musste weil ich immer euren Fuschi ausgleichen muss ich fahr hier mit Zickzack Linien ja jetzt spielt Playbox dann immer auf dem Member-Sorber mit dann kriegen wir endlich mal voll mit einer Person mehr ja ja wenn du mitspielst denk ich mal kommen noch ein paar mehr meinst du? ja, denkst du schon mit einer Glocke? ja ah komm wenn das hier die Leute gesehen haben bei YouTube dann kommt keiner mehr entweder kommt da keiner mehr oder das wird alles voll hier voll ist es eigentlich immer also kann ich nicht voll ja ja auf dem Titaniumpublic kommt man häufig gar nicht mehr drauf Aua man hört ja immer gegenüber den anderen die weltweit sind ja USA und sowas sind die Deutschen die Besten hat sich mal einer gesagt ja das Spiel kommt ja auch von hier und das ist dann natürlich am weitesten vor dem Geschirr also 290 da müsste gleich auf der anderen Seite eigentlich eine Playbox auftauchen ja da gleich da das Leidweg ist schon zu sehen jetzt haben wir den Messer eine Playbox oh hier hat das gelackt ist das jetzt Server basierend oder war das von mir? war ich halt lang Server basierend ok der macht alle Viertelstunde Safe Game ach so, dann ist das ja in Ordnung du bist der Safe da ist der Playbox Moin Moin ja ja welche Tasse Null ja so jetzt hat er echt vor ach der will schnell abfahren ich hab nur 20 ich ich hab aber nur noch für 20% Platz ich bin auf dem Weg aber dein Tank ist ja ein bisschen größer als meiner, ne? er hat aber gesagt, er hat nur noch für 20% Platz ok ich hab ja schon umgerechnet, ja? das ist natürlich nicht schlecht krass willst du noch was haben? ja na gut, dann musst du dem herfahren bei mir kommt Eminem gerade der weiße Rapper ja welches Licht? Berserk äh, Hago? ja da sag ich erstmal nein ne, also, äh, ne, also Video müssen wir nicht versauen nein, ne Sorg so, läuft immer noch das Video? natürlich alles was du jetzt erzählt hast, ist aufgenommen aber ich fahr links ich fahr links rum, ne? warte ein Glück, ich hab in der letzten Stunde nicht ganz so viele Teile Limo da später gebracht wie spät haben wir das denn überhaupt? ach, erstens 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 2 ach, das geht ja noch aber ich seh ja gar nicht voll ich muss weg ok aber ich muss sowieso noch nach Seben holen das Seben holen machen wir dann nach, Feld 19, ne? habt ihr jetzt 20? ja 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 ja, aber vorhin auch, dass wir dröde Rüben machen und der hat uns die Hände gesetzt ist der von alleine oh ich bin ja gleich wieder da ja ja dann fehlt der Handy an Abfahrer und alles gut, ich hab das schon ich hab mir die polnischen Hilfskräfte Ali nix wissen, Ali nix schon, alles voll scheiße nein, die heißen das sind keine Büschenhilfskräfte das ist der Mop Ali, nach dem Schenz Limo jetzt denken Ali, alles gut da das geht aber ab, ne? also wenn man ein Mensch ist mit ADHS, dann ist das ja voll die richtige Beschäftigung hier hm auf jeden Fall ziemlich beruhigend ja, kann man nebenbei noch Nudeln essen? boah, Nudeln, ey man spannt den Betroffenen einfach vorweg und dann hat er das Gerät zu ziehen, ne? wenn du jemanden bestrafen willst, darfst du dieses Feld flügen aber der hat fährt, oder? ne der Flug hat ungefähr 4 Meter Breite und fährt ungefähr genauso schnell wie der Mähdrescher der Mähdrescher, wieviel hat der? 12 ja war's der hier, der 13,5 13,5, ja klar, klar mit anderen Worten ein drittel davon hat der Flug nett und dann alleine denn am besten hier den quälen roten über den frei ich finde, das könnten wir in unseren GCC Strafmaßnahmenkatalys einführen hahaha so, das ist nicht so ein Pferd im Ort ich denke, das war's jetzt mal für die Folge mal sehen, wieviel Folgen das hier noch dauert, bis das Feld fertig ist und bis zum nächsten Mal raps raps